Herzlich Willkommen in Welt 3 Circuit Mario Chronicles Es sieht so aus, als würde es dem Ende zugehen Aber sicher bin ich mir auch nicht Ein Leben, juhu Hier unten gab es sicher was Oh, was ist denn das? Die kann man nicht töten, schade Und hoch damit Eine Blume Kann man die wenigstens mit der Blume? Ne, die sind offensichtlich unbesiegbar Das ist ja blöd Oh, wieder so eine blöde Ranke Oh, ich kann auch hier unten lang Oh, okay Was ist denn immer an diesen unsichtbaren Items drin? Ach, ich glaube, die gibt es nur, wenn man Diese, diesen Pilz hat, mit dem man diese unsichtbaren Blöcke Öffnen kann, sag ich mal Ich gehe, glaube ich, hier unten lang Ui Wieder sowas Na, völlig Eine Blume Ja Ach, man kann auf den Wolken stehen Aber auch nicht auf jeder Ich muss auch mal gucken Sieht man irgendwie einen Unterschied zwischen den Wolken, auf denen man stehen kann Und den Wolken, auf denen man nicht stehen kann Nö Leben Oh Yes Jetzt ist die Frage, ob das dort oben noch weiter geht Das sieht eigentlich fast danach aus Ne Ui, ui, ui Verzeihung Hier geht es nicht rein Da geht es nicht rein Und hier geht es auch nicht rein Hier gibt es sehr wenige Röhren, wo man reingehen kann Das erwähnte ich bereits Finde ich eigentlich schade Oh, das ist jetzt eine kritische Stelle hier Oder auch nicht Dass ich immer schnell speichern werde Und das ist das Ziel Sehr gut Ach, ne, doch nicht Rechts geht es weiter Erstmal schnell was getrunken hier Und weiter geht es Achso, jetzt bin ich hier Cool Das geht ja ab Und dann mal gleich das nächste Leben Yep Oh, was war jetzt Ui, ui, ui Und das Leben nochmal 16 Das ist immer ganz Oh, was war denn Was war denn das Da sind wir doch ganz gut dabei hier Oh, ja, so eine Stelle mit Bewegenden Plattformen Da bin ich ja jetzt nicht so der Freund davon Um ehrlich zu sein Aber, na gut Wir müssen ja trotzdem durch Gab es hier unten was Das sah aus Als hätte sich da was bewegt Ja Oh, ein Dreierleben Yeah Hatte ich auch noch nicht in diesem Spiel Komme ich jetzt einfach hier rüber Ey, cool Unsichtbare Plattformen Ui, ui, ui Ii, 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 ii Ist aber ganz schön fies Hier ist auch nix Na gut, oh, eine kleine Plattform Da muss man ja genau treffen Ja, ja, natürlich klappt das Oder auch nicht Eiei, ii, ii, ii Nein Nein, nein, nein Eiei, ii, ii, ii Und da kommt die Plattform wieder Yes Das ist immer Jetzt müsste man passen Ja Ui Oh, was ist denn das Das sieht interessant aus Aber dort hoch Komme ich leider nicht Na gut, was ist jetzt hier unten Ach, dann bin ich ja da Na gut, okay Weiter geht es Ich glaube, da wäre ich jetzt nicht nochmal hoch Und jetzt hier die Landung Ja Also irgendwie sind die Level jetzt wirklich einfacher So kommt mir das jedenfalls vor Oder ich habe mich jetzt an das Spiel gewöhnt Man weiß es nicht Und dem Ziel So, ich speichere natürlich wieder an der Stelle Was denn sonst Und weiter geht es Ui, 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 die Musik Die macht ja schon richtig Angst hier Jetzt muss man hier rüber Ui, ui, ui Uff Ha, und jetzt Also das ist hier eher die Irgendwider ein Leben Das ist hier eher die richtige Musik Für ein Endgegner Und nicht für so ein Eher harmlos Anmutendes Level Ist jedenfalls meine Meinung Weitersprung hier Und wieder so ein unsichtbares Was auch immer Nein Was war denn das? Bin ich jetzt abgerutscht? Da habe ich einfach bloß nach unten gedrückt Keine Ahnung Aber bei 20 Leben Kann man auch mal neu anfangen Oh Hier kam glaube ich was raus Oder ja Ui, ui, ui Das war jetzt aber gerade knapp Und jetzt den Sprungwagen Oh Ja, und jetzt Zwischenspeichern Schlage ich auch mal vor Huiuiui Und Sprung Und wieder so ein unsichtbares Ah Ein Pilz wäre mal cool Hui, ist doch knapp Na, ich trau mich nicht Ich hätte zu springen direkt Ui, ui, ui Was war denn das? Ich glaube das ist wirklich so Wenn man überall nach unten drückt Dann Stirbt man Gnadenlos Ui Ist nicht wahr Jetzt bin ich dort irgendwie In diese Plattform gesprungen Halt Das habe ich jetzt gedrückt So, weiter geht es Ui, ui, ui Dramatisches Spiel Jetzt Die Musik Die Musik Die macht mich auch ein bisschen Und geschafft Die Musik Die lässt mich auch so ein bisschen Hier mitfiebern Also So dramatisch wie die klingt Das Das bringt richtig Eine dramatische Atmosphäre In das Spiel Als würde es ja um alles Oder nichts gehen Jetzt fällt mir noch Dass so ein komischer Eine komische Kanone Hier angeflogen kommt Ein Pilz Da oben geht es weiter Keine Ahnung Wo ich dort hinkomme Vielleicht so Ne Definitiv nicht Ja Als hätte ich es doch geahnt Mit Ankündigung Kann nicht sein Und da sind wir gestorben Unfassbar Unfassbar Dieses Level Ei, ei, ei Da gehst du fest Und drüber Und sterben So Da geht es Wieder nach links Ja da warten wir jetzt einfach mal Und jetzt können wir springen Den Pilz holen wir uns Und jetzt wissen wir Dass hier unten die Kanone kam Ich glaube das reicht glaube ich Nicht der Schutz oder Doch Der reicht Hui Hier kommt bestimmt gleich Auch nochmal einer Nee Das wundert mich jetzt Ui Ein Pilz wäre so schön Ob hier so eine dreckige Wolke Dort ey Oh Ich hasse diese Wolken Wie die Pest Weißt du Müssen wir nur drüber springen Nein, nein, nein Ui 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 So Hochkonzentriert Jetzt Und jetzt drüber Puh Immer tief durchatmen Jetzt drüber Was ist denn das für ein Nein Ich speichere nochmal schnell Einfach hier ab Jetzt Und jetzt Sterben 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 ist immer gut Ja Fast immer Jetzt ist die Chance da Oh Ui Ui Puh Was ist denn das Dramatik Dramatik pur in diesem Spiel Unglaublich Da oben Gibt's Ui Oh Ist das fies Ist das fies Ein Pleinen Jump Und dann auch noch dort Auf solche Halt Auf solche Stachelfiecher Also das ist Das ist gemein Aber wirklich Es ist doch diese Depperte Wolke Wieder Aber mach dich rüber Danke Los 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 Jetzt kann ich nicht springen Jetzt auch nicht Und weiter geht's Jetzt So jetzt müssen wir warten bis die Wolke rüberkommt Na 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 los Komm Jetzt Und jetzt So ich mach erstmal an der Stelle Selfstate Wieder Und dort unten Muss es Äh Ich soll jetzt nicht wirklich Durchspringen oder Ich glaube das ist Unmachbar Doch ich glaube ich habe eine Idee wie das machbar ist Ne Ist auch wieder nur so ein Ne Ich glaube das geht überhaupt nicht dort lang zu kommen Von daher lasse ich das einfach mal Was ist denn das für ein Mist So und Ach man sieht das doch hier unten Eh Meine Güte So jetzt Aber muss es klappen Ja und schnell rüber Und ein Sprung in den Tod Jippie jajee Schweinebacke So muss es laufen So und nicht anders Das macht richtig Lust auf mehr So wie wir hier abfällen Aber es ist jetzt weniger frustrierend zu sterben als Ich sag mal in den ersten Leveln Hallo es kommt mach dich rüber Es läuft doch noch langsam in dem Moment in dem wir es eigentlich brauchen Dass der mal ein bisschen Kubik macht Jetzt Ziel Rein Ja Ja geschafft So schnell speichern Und das Level mache ich noch hier für heute Oh cool Oh cool eine Wüste Oh cool eine Wüste Geht's hier oben rein Nee Aber hier drüben gibt's nix Was ist das hier? Was ist das hier? Eine Swings Hat uns ins Verderben geschickt Jo geil Freut mich Ich will nicht zurück Ich will hier oben bleiben Probieren wir es gleich nochmal Ah das war jetzt dumm Und weiter nochmal probieren Ja schöner Double Kill Halt 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 So und da haben wir jetzt Das verlorene Leben wieder drin Ich will dort nicht hoch Danke Ich will dort doch hoch Hallo ich will dort hoch Hier drüben gab's doch noch so Okay gehen wir nochmal weiter Ach man kann auf diesen Dingern gar nicht stehen Okay Na wenn das so ist Halt Ah leck Wo kommt denn das andere jetzt? Was ist das für ein beknacktes Timing hier an der Stelle jetzt? Da geht's auch nicht rein Was ist das? Rote Münzen Kann man immer mal gebrauchen Ui Dann muss ich halt zwischenspeichern Und weiter geht es Ui das war aber jetzt schon relativ knapp Ein Pilz Den brauchen wir auch sehr dringend Ich glaube ich werde einfach hier nur weiter gehen Oh Ein paar rote Münzen Und gestorben So Nächster Versuch Ich glaube ich werde den Pilz hier holt und dann einfach ab durch die Mitte Oh ja Oh ja 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 So und das Ziel hoffentlich Ja So ich speichere jetzt noch schnell an der Stelle Und sage Dann einfach mal Tschüss Bis zur nächsten Folge Secret Mario Chronicles Bis dahin Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss